Musik Sie war eine der erfolgreichsten Opern des 19. Jahrhunderts und ist heute wieder ein bestürzend aktuelles Stück, Die Jüdin von Frommontal-Alevy. Musik Hass zwischen den Religionen, die Verführbarkeit von Menschen zu Vorurteilen und Pogromen und nicht zuletzt die Liebe zweier Menschen über alle Grenzen sind die Themen des Werkes. Musik In München hat Gabriele Rech-Alevis große Oper inszeniert, mit Lea Gordon als Rachel und Luca Lombardo als ihr Vater, der zwischen Liebe und Hass hin- und hergerissene Eleazar. Musik 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 Musik